Moin liebe Freunde, was geht ab? Was ihr jetzt im Folgenden seht, ist ein kleiner Zusammenschnitt aus meinem Livestream, aus einem sehr, sehr geilen Spiel. Guckt auf jeden Fall bis zum Schluss zu, es lohnt sich. Aber viel wichtiger, wenn ihr selber mal live dabei sein wollt, wie ich League of Legends oder PUBG live spiele, dann schaltet doch einfach mal auf Twitch ein, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Jasnan, Jasna Polinaja. So, in der, oh ja, 1, 2, 3, ach du Scheiße, das wird schon super. Taktisch war das eine dumme Entscheidung. Was dabei rauskommt, das werden wir jetzt sehen. Schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir nicht. Fuck the shit, fuck the shit, fuck the shit. Geil. Wie Batman, Alter. Wie, ach fuck the shit. Nicht gut. Kein guter Start. Kein gut, kein, nehme ich mal als Minuspunkt hin. Was ist denn, auf Polizei bester 1, ne? What the fuck? Nice. Äh, was aber geil wäre, aber ich will jetzt einen Rucksack langsam. Ruck. Sack. Anscheinend, wollt ihr mich alle verarschen. Nicht genug Platz. Cool. Ey, das gibt es nicht, ne? Ich hatte jetzt hier, wenn wir eine Vektor hinstellen. Gleichzeitig habe ich jetzt wesentlich mehr Platz. Haha. Logistik, 1 plus. Das ist jetzt nicht schlecht bis dato. Alles kann wirklich besser werden. Aber okay. Oh, da ist der erste Schusswechsel. Der Fakamaster geht weiter. Der Null. Hallo? Kompensator zum Sprain. Also, nicht schlecht. Ne Pfanne. Ein Rucksack. Ha! Main. Rucksack und Helm Level 3. Lol. Huiuiuiui. Der Solo-Bernd ist wieder unterwegs. So, ich würde sagen, wir müssen in diese Richtung dann, ne? So, jetzt einen kleinen Trip. Wenn er mich hier drauf hält, dann kriegt er keinen Schaden beim Runtergehen. Ha! YouTube-Lessons! Verwunderlich, ja. Schlecht, nicht unbedingt. So. Ich höre was. Das war meine NSL-Bekörper. Ein 8-fach-Sucher. Ich bedanke mich bei dem Herrn. Ein Schalldämpfer fürs MG. Auch an dieser Stelle. Sehr, sehr nett von Ihnen. Delivery Service. Hierhin, da werden aber viele kommen. Wir können über die Berge gehen. Und dann haben wir über die Straßen am Start. Wir müssen aber uns irgendwo von der Seite gehen. Uuuh. Das ist mit Bauchweh. Oh Gott, ey. Da war ich wohl schneller. Wenn er NG-Drinks dabei hat, nehme ich die. Wenn nicht, dann ist alles andere egal. Oder halt Painkiller. Schmerzmittel hat er dabei. Rucksack, alles, 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 alles. Langweilig, alles langweilig für mich. Der 8-fach-Sucher ist halt eine super schöne Sache, ne? Okay, ich werde jetzt angeschossen. Rechte Seite. Position wechseln. 20 sind noch im Leben. Diese Felder sind halt so geil. Ich blieb mich mal schon langsam weiter. Das ist so... Das... Klar. So, guck ich mir mal alles nochmal an hier. Ich bin auf die erste Distanz, ob ich irgendwas hier finde. Das ich abschließen muss, bevor ich weitergehen kann. 8 Uhr noch am Leben. 50 Sekunden noch. 50 Sekunden noch. Dich hab ich, komm raus, komm raus. Das Problem ist, ich darf mich jetzt. Der Siegel hat mich gesehen. Ich weiß, wo beide sind. Sie wissen, wo ich bin. Ich muss da stürmen. Jetzt bin ich ein toter Man. Er war mit der Ruhe. Ich hab die Zeit der Welt und der nicht. Boom. Easy. GG. Ich will nicht sagen, das war gut gespielt, aber es war ganz gut gespielt. Easy game, easy life. So liebe Freunde, das war das Spiel und ihr habt gesehen, es hat sich definitiv gelohnt. Schaltet auf jeden Fall beim nächsten Livestream rein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Als nächstes kommt dann ein PUBG Tutorial wieder, was hundertprozentig geil ist. Und morgen selbstverständlich auch wieder League of Legends. Abonnieren, wie gesagt, nicht vergessen. Kommentieren, was ihr als nächstes sehen wollt. Eventuell auch als Tutorial. Und in diesem Sinne, Scotty, sag mal Tschüss. Nein. 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 Nein.